Ja, ähm, was soll ich sagen? Fünfte Folge! Fünfte! 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 Und damit sage ich, dass ich die fünfte Folge, äh, und ich kann längere Videos machen, weil ich 15 Minuten, also freue mich darüber, und ja, ich möchte mich gleich entschuldigen, dass man ein Minecraft-Videos anschaut, ich weiß nicht so, äh, ich muss kurz mal... Du bleibst nicht richtig, lass meine Rose in Ruhe. Ja, was ist für mich da? So, meine Minecraft-Videos oder irgendwas anderes, Beispiel meine Mod-Review hat nicht einmal geschautes Bild, das ist die ganze Zeit, nur mal stattbildbar, und ich bin total sicher, ich bin mir sicher, ich habe das aufgenommen. Und also dafür möchte ich mich gleich mal in Studien legen und so, und ja, ähm, für das Problem vielleicht beheben. Heben. Heben, so wie, ähm, heben, äh, nur mit BE davor, und das ist etwas schwerer als ausschauen, also, ich schaue ich mich gleich mal wieder hin, und die Maske juckt. Wie verrückt. Und deswegen esse ich jetzt was. Nein, natürlich nicht. für mich. Ähm, ja, und äh, damit möchte ich mich entschuldigen, und... Wisst ihr, was mir gerade gefallen ist? Ich habe mich vieler als überlegt. Nein, zum ersten, ich habe es mir überlegt. das Leben wenn ich mir das in den Nase stopfen und in diese Ecke gehen ähm ja das ist mein Bett schnell was ähm da ging ich in diese Ecke äh äh au das ist mir gefahren okay bin wieder da also ähm bin ich schon schon wieder Spaß ja dann würde ich sagen das war uns damit ermögern bis nächsten Mal also Ciao äh nein Probel denn bis jetzt habe ich ja noch nichts gesagt strittlittlitt-tüttlittlitt-tüttlittlittlinya dırgl Aliens genau die komischen Fliegen der Viecher die Untersellerin ike die was ähm keine Ahnung wie aussehen ähm sie können aussehen und zwar ähm so oder auch so und sie können so kommen und euch das Gehirn aufschneiden mit ihrer Kreissäge so er ist ganze Blut spritzt was jetzt halt Prozent das ist ja so gezeigt wird so ein Blut war der Wälder finden und diese wunderbaren Tischen Tücher Schäfer ein Blutoppe weil natürlich ich muss nicht sagen, ich wollte nicht gerade sagen, äh Schiede das wäre nämlich nicht dieses böse Wort wie Scheiße und dann ist das ganze auf Englisch und das habe ich jetzt mal kurz aus Skype wenn mich ja dann nachher nur anruft so, ja okay also dieser Part wird überlänge keine 5 Minuten, keine 10 Minuten nicht wohl 15 es werden ganze, unschreibliche 16 Minuten 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 da und die Krankheit so gar nicht kommt ich bin mal geschaffen doch wenn ihr Glück habt, dann haben wir vielleicht noch einen Moment Maske ab wenn ihr nicht äh vielleicht auch nicht, kommt ganz so rein ähm aber natürlich es werden keine 16 Minuten es werden 30 Minuten das verspreche ich euch ich habe hier äh seht ihr wahrscheinlich nichts ich habe aber genau hier wenn ihr jetzt von dieser Kamera so hinunter geht ganz gerade und dann ein bisschen links steht dann nämlich wie lange das ist ich sehe es gerade mal 5 Minuten und 10 Sekunden was soll ich denn machen was soll ich denn machen die Waffe juckt ach ja ich habe sie gerade abgenommen also ich habe das Glück gehabt ich bin ganz gespannt, wann er anruft so ein Punkt sind schon vorbei so ein Punkt sind schon vorbei und diese Leute denken immer sie werden die Besten nein natürlich nicht kein Scherz aber und dann geht es auch noch diese Alien jaa die da so kommt ba 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 das sind nicht sie werden die Besten ba 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 jetzt mal alles so lange schön wie Lego so komm also ja ich bin dabei ich bin dabei ich bin dabei ich bin dabei ja 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 damit wäre es auch wieder dann ist aber ich habe könnte in der Zeitung lesen ach so weit ach so weit oder so nur Fascher findet Leben da oben jaa und es ist nicht so riesigen vieler, die waren gleich so bachen sie geht rein haben sondern es sind wirklich ganz kleine Mikroorganismen so kleine Einzeller oder keine Ahnung das beschrieben worden ist ich könnte den Bericht uns holen also ich bin gleich in der Tanzplatz auch dass die mit und hat land die äh und die die und die 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe jetzt ganze 5 Zeitungen mal im Schnelldurchlauf durchblättert und habe nichts gefunden. Dabei bin ich das ganze Haus gekämpft. Und das dreimal. Ja, und dreimal, nicht vielmal, würde ich die Nacht nicht sparen. Jetzt muss ich mal wieder zur Atmung kommen. Okay, aber dann seh ich mir mal über meine Karriere. so als Profi-Tennis-Spieler hier Jungprofi zweiter Platz und ich spiele gerade mal zwei Jahre Tennis na ja immer in die Sommerferien in die Ferien als nicht ganzes Jahr äh das wären für uns in neun Monate bei neun Wochen ist neun Monate ich bin schon ganz dumm das heisst 2 4 seit gar nicht einmal halben Jahren haben wir die ganzen ich weiß drei Jahre immer zwei Wochen äh zwei Monate neun Monate und zwei das sind alles zwei Wochen nein ich meine zwei Monate hier rechnen wir mal drei haben wir sechs Monate dann steht die haben schon über drei Jahre gespielt und so das war doch noch total gut ist und ich habe es geschafft in zweiter Platz dann kommt ihr da ja es ist so gut mit der Trainer und dann haben wir gewonnen um also ihr werdet langsam ungeduldig das merke ich äh das liegt gar nicht bei mir dass ich ungeduldig werde nein weil ihr werdet ungeduldig jetzt habe ich noch einen Plan ja ich mache nämlich ich mache nämlich ich mache nämlich so das ist ein bisschen ich mache nämlich ich mache ich mache noch mal dasselbe Lied billiger billiger ich stehe im Aufzug Mann natürlich nicht ich stehe jetzt nicht im Aufzug jetzt schon au aber zuerst peitsche ich möchte Mann natürlich auch nicht also ihr merkt ich bin gar nicht nervös und so so weil er in der Titel noch gar nicht ja gar nicht sie ja das versteht man unter Nicht-Titel ja jetzt muss ich meinen Coachschuld angehen also sie zittern gar nicht mh äh ich soll sie leicht machen und dann nein das soll ich nicht nehmen und das hier fällt noch ganz zur Hand ich werde ich so als könnte ich jetzt fangen nein Schmiedsmaßlobby 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 und eine besondere Gasse noch fröhlich vergriffen s die emm segundos naenn n j j sp ang und Ja, also Leute, die nicht 15 Minuten, nicht 20 Minuten, nicht 25 Minuten, nicht 26, nicht 27, nicht 28 und nicht 29 Minuten, die 30 Minuten können länger werden, als ich gedacht hatte. Und deshalb können die mir jetzt gerne zusehen, wie ich pennen. Also, ja. Ich bin mal pennen, da können die mir gerne zusehen. Taschen zu pennen aus, warm, irgendwo, warm, wir sehen uns doch nachher. Ja. Na, natürlich nicht. Ich kann nicht pennen. Sie ist draußen, sie ist jetzt gerade mal, 13 und 57. 14 Minuten sind vorbei. Rechnet euch aus, wann wir angefangen haben. M-Budum, oh. Könnt ihr überhaupt rechnen? Ich bin zwar nicht stark. Mir ist so langweilig, Leute. Was soll ich machen? Soll ich League of Legends spielen? Ja, okay. Zocko ist League of Legends. Oder eigentlich nicht. Oh, bin ich da eine ganze Zeit schon draufgekommen. Ich kann bei uns, das wissen ja auch zocken. Ja, ich kann das dabei zocken. Das kann ich auch zocken. So. Das kann ich auch zocken. Das kann ich auch zocken. Play. Und klick hier, download, raps. Nein, ich will raps nicht downloaden. Das kann ich jetzt ab forestiert werden. Gäste ist für oder früher? verlierst du das mit dem Spiel? Ja, er geht schon wieder ab. Hä? Rückänder. Ich rette an. aber sagt jetzt wird die Mauer ich muss sich gerne nehmen und nun mal kann man was zu tun das auch so leute er eigentlich ist nicht mehr schön also dieses Thema Möchte ich nicht weiter ansprechen. Ich möchte eigentlich nur, dass ich es endlich... Jetzt haben wir 14 Uhr. Das ist 3 Minuten schon wieder. Ja. Da ist der Markt der Welt. Ich glaube, das ist ein Stück Kuh. Ich weiß noch... Ich weiß noch... ...damals... 3 von der Schrift kann ich nicht jetzt nicht mehr ja so dass er ist ich sage schon wieder und ich bin schon wieder ganz woanders vorhanden wenn sie nicht nur sind in meiner mein Kraft ist auch sehr sehr witzig ihr wisst ja ich habe mir so ein paar Prozent übergeregert Stifte Frau, so kann man riesig anbrechen Zwerg, Wohlerzwerg 4 und sind verdürt mit das ist das hier ein Löffel, das ist nicht so groß das ist nicht so groß ja im Tiefvorteil, das ist doch nur ein Löffel, das ist nicht so groß eigentlich nicht was du sagst du hast du nicht einmal ein Texturenpaket denn ich habe ein Texturenpaket und das nennt sich äh John Smith namet sich nicht und ich hab keine Ahnung wie man das was ich staun oder mir ist einfach ein Texturenpaket für Steps oder das ist ja ja 7 FRAP oh FRAPS Speichern so das muss ich nicht sehen das sehe ich auch was führen Tja also Leute was soll ich sagen ich downloader hier dann haben wir dann Sachen Downloading Progress und Institution Progress ja eigentlich weiß ich gar nicht was wir sind ansprechen wollte ja die Aliens habe ich eigentlich schon abgehackt mal um dort Sto Klaus habe ich das müsste ich jetzt ein Flaps um ja es dürfte es theoretischerweise funktionieren Screenshots Movies FPS Wall-Aid hier F1 St 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 K 2 3 Menschen St K oder 9 ja auf 10 und 20 seconds ja 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 ähm ja ich weiß gar nicht mehr was ich auch schon jetzt wird es sind die schützen muss man nur was probieren F3 F3 Overlay Hotkey View Mixed up Change Erbrechen Multichannel Stereo F3 F3 F4 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 Video Capture Will mit F9 starten F9 F3 F10 gehen okay stattdessen sie sind gerade nicht geschäftigte krebs sieben den lieben Das ist eine Key. Ich habe dann eine Numpfisch-Taste. Disable. Das ist eine Key. Das wäre dann SDRG-SDRG. Und das ist es schwer. Okay. Screenshots. So, das hier merkt, ich bin wirklich wie weg vom Fenster. 150. FPS. Es ist eine gute Frage. Das wäre dann mal. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine gute Frage. Oh, das ist eine gute Frage. Aber dafür ist eine gute Frage. Und mal sehe ich. Um, das ist eine gute Frage. das ja wie sie sieht ihr seht ich hab keinen Plan was ich hier was man bei F3 das meiste auch ne F2, F3 bei F3 komme ich immer wieder woanders hin das bedeutet ich muss umstellen also nur mal feststellen Taster ähm ja dann gehe ich mal im Game vielleicht sehe ich ja dann was ähm ja es müsste ich nur mal sehen jetzt ist die Frage wenn ich jetzt drücke und jetzt wieder jetzt wieder und jetzt wieder wieder äh jetzt wieder und jetzt das weg jetzt ist sie wieder da was heißt anders? also hallo 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 Leute hallo 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 Leute hallo Leute hallo und sie schlug 10 Sekunden ganz genau 10 Sekunden ich ich ganz ehrlich ich hallo ich hallo ja Leute so hat es nicht und sie hat ihre Fribs. Das war's. ja 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 also Leute, ich würde sagen eine Kommentarfrage die hatte ich fast vergessen was ist das beste und schnellste Internetzeiten-Dings hier, keine Ahnung, das bleibt Minecraft oder so keine Ahnung, wo ihr Mods, texturepacks, Servers, Skins oder sonst irgendwas downloadet das nicht die Kommentarfrage wenn ihr mir das beantwortet und und das mir gefällt dann so, vielleicht können sie dann bei einem Video von mir dabei sein ich weiß nicht, vielleicht also dann würde ich sagen wenn das die ganze Zeit so ist wir haben gleich 30 Minuten 30 Minuten genau 30 Minuten das will ich haben das wollte ich haben ich warte jetzt hier ganz still 40 Sekunden leiser ein Jahr noch Ciao und jetzt bin ich nochmal für 30 Sekunden das ab jetzt 5 4 3 2 3 3 3 3 4 4